Es wird ein bisschen viel verlangt, teilweise von den Fussballern, finde ich. Alle finden so, ja, die Fussballer sollen sich auch mal da äußern deutlich, politisch äußern und so. Man muss sagen, es sind Fussballer. Und es ist wahrscheinlich teilweise besser, dass sie sich nicht äußern politisch, weil sie haben auch den Background nicht, sie kennen sich auch nicht aus. Und es wird von ihnen eigentlich nicht verlangt, dass sie sich politisch äußern sollen, so direkt, sondern es wird von ihnen verlangt, sie sollen die Meinung von mir selber, soll jetzt der Fussballer kundtun, damit er eine grössere Reichweite hat. Weil wenn er dann etwas anderes politisch sagen würde, würde man dann sagen, ja, halt die Klappe, du bist Fussballer, du hast überhaupt nichts zu sagen. Vielen Dank. Vielen Dank.